Hallo ihr Lieben und Willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den interaktiven Pagestyle Nummer 14 ganz einfach nachbasteln könnt. Das ist einer von insgesamt 50 verschiedenen interaktiven Seiten, die ihr in euren Mini-Alben verwenden könnt. Anders als ihr es vielleicht aus anderen Videoanleitungen kennt, bastel ich meine interaktiven Mini-Alben, nämlich nach so einem Mix-and-Match-System. Und bei diesem System könnt ihr aus bis zu 50 interaktiven Seiten eure Seiten auswählen und dann beliebig in eurem Album kombinieren und natürlich auch dekorieren. Und die Erstellung eines interaktiven Mini-Albums ist wirklich viel einfacher, als man denkt. Das heißt, auch als Anfänger könnt ihr ohne Probleme so ein interaktives Album nachbasteln. Und wie genau das geht, zeige ich euch natürlich Schritt für Schritt in meinen Anleitungen. Wie ihr im ersten Schritt das Album-Cover und in den folgenden Schritten die Bindung und die Basisseiten bastelt, habe ich euch bereits in anderen Videos gezeigt. Und in diesem Video zeige ich euch jetzt, wie gesagt, wie ihr im vierten Schritt die interaktive Seite Nummer 14 basteln könnt, falls ihr sie in eurem Album verwenden möchtet. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall vorab erst mal dieses Video, das ich euch jetzt rechts oben in der Ecke verlinke. Ihr findet es natürlich auch in der Infobox. In dem Video erkläre und zeige ich euch, wie ihr mit diesem Mix-and-Match-System arbeiten könnt, was ihr damit machen könnt und was ihr dafür braucht. Und damit würde ich dann auch mit dem Video für heute starten. Und als erstes möchte ich euch natürlich zeigen, wie der interaktive Pagestyle, den wir heute in diesem Video zusammenbasteln, aussieht. Und Pagestyle 14 hat zwei Klappen, die man nach außen hin ausklappen kann. Und das Ganze schließt mit einem Geschenkbandverschluss. Und auf diesen Klappen könnt ihr dann größere Fotos platzieren. Also entweder in der Größe 4x6in für ein 6x6in Album oder aber sogar in der Größe 6x8in, falls ihr ein 8x8in Album bastelt. Und zusätzlich habt ihr natürlich auch noch die Basisseite, also jetzt hier die Seite in der Mitte, auf der ihr natürlich auch mehrere kleine Fotos oder ein großes in die Mitte kleben könntet. Und damit können wir jetzt mit den entsprechenden PDF-Anleitungen für die Albumgröße, die wir gewählt haben und den dazugehörigen Schablon direkt loslegen. Und zwar indem ihr natürlich als erstes die Musterpapiere, den Cardstock und die Graupappe entsprechend der Maßangaben in der PDF-Anleitung richtig zuschneidet. Und damit ihr dieser Videoanleitung noch besser folgen könnt, empfehle ich euch beim Zuschneiden jedes Element mit dem richtigen Buchstaben zu beschriften. Die Bezeichnung für die Elemente findet ihr ebenfalls in der PDF-Anleitung und auf den Schablonen. Einige der Cardstock-Elemente müssen nicht nur zugeschnitten, sondern auch gefalzt werden. Wenn ein Cardstock-Element gefalzt werden muss, dann findet ihr dazu die Information direkt neben den Maßangaben. Und zwar ist die Seite, an der gefalzt werden muss, immer entsprechend fett markiert. Zusätzlich könnt ihr aber auch die Schablonen verwenden. Anhand dieser Schablonen könnt ihr nämlich ganz genau sehen, wie euer Cardstock aussehen muss. Das heißt, wie es gefalzt und zugeschnitten werden muss. Und nachdem ihr jetzt alle Cardstock- und Musterpapierelemente zugeschnitten und gefalzt habt, könnt ihr euer Klebeband aufbringen. Und zwar wird das Klebeband auf jedem Cardstock-Element direkt neben eure Falzmarkierung, also neben diese Falzlinie geklebt. Achtet allerdings darauf, dass ihr das Klebeband wirklich nur direkt neben die Falzmarkierung kleben wollt und nicht über die Falzmarkierung. Und wie ihr hier sehen könnt, klebe ich das Klebeband auf die Vorderseite der Cardstock-Elemente. Das heißt, auf die Seite, die beschriftet ist und die Seite, auf der ich auch gefalzt habe. Also ihr müsst euer Cardstock hier nicht umdrehen, sondern es einfach auf der gleichen Seite aufkleben. Nach dem Aufkleben des Klebebands müsst ihr jetzt noch die Ecken zuschneiden. Dazu drehe ich jetzt mein Cardstock gerne um, dann kann ich die Falzmarkierung ein bisschen besser sehen und dann schneide ich mit einer kleinen Schere die Ecken in einem Winkel direkt neben der Markierung ab. Und auch hier wollt ihr nicht in die Falzmarkierung schneiden, sondern wirklich nur direkt daneben die Ecken abschneiden. Und jetzt könnt ihr diese Laschen, die wir durchs Falzen erstellt haben und die jetzt mit Tape beklebt sind, nach hinten knicken. Das heißt, das wollt ihr auf der Rückseite machen, sodass ihr das Tape immer noch sehen könnt. Und dafür benutze ich immer gerne noch ein Falzbein, damit ich das wirklich glatt streichen kann und das wirklich gerade umgeknickt ist. Im nächsten Schritt könnt ihr auch schon euer Musterpapier auf die Cardstock-Elemente kleben. Und zum Aufkleben von Musterpapier verwende ich in der Regel immer Flüssigkleber, weil ihr mit Flüssigkleber einfach noch so ein paar Sekunden Zeit habt, um euer Musterpapier in die richtige Position zu bringen. Und je nachdem, welchen Kleber ihr verwendet, ich würde euch natürlich empfehlen, hier auch einen sehr starken Kleber zu verwenden, braucht ihr auch wirklich nicht viel Kleber, um euer Musterpapier aufzukleben. Also wie ihr sehen könnt, platziere ich meinen Kleber eigentlich nur so am Rand entlang und ja, das reicht in der Regel schon. Als nächstes messe ich jetzt hier die Mitte aus, damit ich genau weiß, wo ich mein Geschenk dann platzieren muss. Dazu mache ich mir also mit dem Bleistift jetzt hier links und rechts auf der Basisseite jeweils in der Mitte eine kleine Markierung. Und um die Geschenkbande jetzt aufzukleben, verwende ich immer ein Stück Klebeband, das ich direkt auf die Markierung klebe, also direkt am Rand. Und dann könnt ihr auch schon direkt die Schutzfolie von dem ersten Klebebandstück entfernen und dann das Ende eures Geschenkbands ganz einfach da drauf kleben. Und wie ihr sehen könnt, nehme ich jetzt hier auch nochmal ein zweites Stück Klebeband und klebe das schräg über das Geschenkband, um das besser zu fixieren. Das mache ich immer so, aber hier wäre das eigentlich gar nicht notwendig gewesen, da wir ja gleich eh noch die Klappen aufkleben und dadurch das Geschenkband auch nochmal zusätzlich fixiert wird. Und ich habe jetzt hier mein Geschenkband an dieser Stelle noch gar nicht zugeschnitten. Das heißt, ich gucke jetzt einfach so ein bisschen nach Augenmaß, wie lange ich meine jeweiligen Bänder haben möchte und schneide das Band dann einmal in der Mitte ab, bevor ich dann auch das Ende von dem zweiten Geschenkband aufkleben kann. Und ich schneide meine Geschenkbänder meistens so auf 30 cm zu bzw. 12 Inch. Das messe ich jetzt hier mit dem Lineal einmal aus, bevor ich dann im nächsten Schritt die Karnstock-Elemente A auf die Basisseite klebe. Und zum Aufkleben des ersten Karnstock-Elements A entferne ich die Schutzfolie vom Klebeband erstmal nur bis zur Hälfte und die knicke ich dann so ein bisschen zur Seite und halte jetzt das klebrige Ende erstmal nach oben, so dass ich mit dem nicht klebrigen Ende bzw. mit der nicht klebrigen Seite mein Karnstock-Element ganz gerade mit dem Rand der Basisseite ausrichten kann und erstmal gucken kann, dass ich die richtige Position finde. Und sobald ich dann die richtige Position gefunden habe, ziehe ich die Schutzfolie ab und klebe das Ganze fest. Genauso mache ich es dann natürlich auch mit dem zweiten Karnstock-Element. Das heißt, auch hier gucke ich wieder, dass ich erst die Schutzfolie nur bis zur Hälfte entferne. Dann benutze ich die nicht klebrige Seite und richte das jetzt hier mit der Ecke der Basisseite aus. Und sobald ich das in der geraden Position habe, kann ich das Ganze auf der klebrigen Seite runterdrücken und dann den Rest der Schutzfolie entfernen, um das Karnstock-Element komplett aufzukleben. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Basisseite bekleben. Das heißt, ihr braucht jetzt euer Musterpapier für die Basisseite und etwas Flüssigkleber. Also auch hier verwende ich wieder Flüssigkleber, damit ich einfach, wie gesagt, noch ein paar Sekunden Zeit habe, um mein Papier in die richtige Position zu bringen. Und dann klebe ich das Musterpapier auf die Basisseite und jetzt nehme ich hier nochmal am Ende mein Falzbein und streiche das Ganze gut glatt, vor allem auch jetzt hier über dem Geschenkband. Und wenn ich Geschenkbänder auf meinen interaktiven Seiten verwende, dann mache ich es meistens so, dass ich am Ende auch nochmal mit dem Feuerzeug die Enden des Geschenkbands so ein bisschen schmelze, ganz einfach, damit das Geschenkband nicht weiter aufreißen kann. Das ist aber natürlich optional und es gefällt auch nicht jedem, weil das schon manchmal ein bisschen sichtbar ist. Ich habe auch mal den Tipp bekommen, dass man flüssigen, also durchsichtigen Nagellack benutzen kann. Das habe ich aber bisher noch nicht ausprobiert. Und dann ist dieser interaktive Page-Style auch schon fertig. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dieser Videoanleitung wirklich gut folgen konntet. Aber falls noch etwas unklar ist und ihr Fragen habt, könnt ihr sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und damit würde ich mich dann auch für heute verabschieden und ihr könnt natürlich jetzt mit der nächsten Videoanleitung weitermachen, das heißt mit der nächsten interaktiven Seite, die ihr in eurem Mini-Album verwenden möchtet. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und mir euer Feedback in die Kommentare schreibt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!